Hey, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch mein Nekromanten-Heiler-Bild für 4-Spieler-PVI in Markarth vorstelle. Größere Verwundbarkeit, das was den Nekromanten stark gemacht hat, wurde massiv genervt. Von 25% Schadenssteigerung auf nur noch 10%. Warum der Nekromant aber dennoch eine der, wenn nicht sogar die stärkste Heiler-Klasse ist und warum ich ihn so gerne spiele, zeige ich euch in diesem Video. Genau wie bei meinem Templar-Bild handelt es sich hierbei auch um einen sogenannten Off-Healer, also eine Mischung aus Heiler und Damage-Dealer. Diese Spielweise ist extrem effizient in Dungeons und Arenen, da der Schaden sehr nah an Gruppen ohne Heiler rankommt, was Burst-Taktiken und schnelle Clears einfacher macht, aber dennoch nicht auf die Sicherheit eines Heilers verzichten muss. Dieser Bild ist dabei aber nicht leicht zu spielen und erlaubt nur relativ wenige Fehler. Anfängern würde ich also eher dazu raten, sich erstmal langsam heranzutasten, weitere Tipps dazu auch später im Video. Bevor wir aber in den eigentlichen Bild einsteigen, möchte ich noch kurz über die Buff- und Debuff-Änderungen sprechen. Mit Markarth wurden die Werte sehr vieler Effekte, primär der größeren bzw. kleineren Buffs und Debuffs angepasst. Für die meisten Klassen hat sich dadurch nur sehr wenig geändert, da die Gesamtstärke im Grunde nahezu gleich bleibt. Nekromant bildet dabei die Ausnahme durch die oben bereits genannte Veränderung von größerer Verwundbarkeit. Trotzdem ist die Klasse alles andere als schwach und viele Anpassungen über die letzten Patches haben auch dafür gesorgt, dass der Nekro von einer kaum spielbaren Klasse, die man fast ausschließlich für die lächerlich starke Ultimate mitgenommen hat, zu einer gut funktionierenden Klasse mit starker eigener Identität wurde. Es hat zwar fast zwei Jahre gedauert, aber jetzt kann ich endlich guten Gewissens ein Video darüber machen. Und damit schauen wir uns jetzt auch den eigentlichen Bild an. Mit dieser Übersicht, die ich euch im folgenden Schritt für Schritt erklären werde. Meine Rassenwahl fällt ganz klar auf Betone, da dies die einzige ist, bei der wirklich alle Passiven stark und vor allem auch für diesen Bild nützlich sind. Altmaier, Dunmaier und Khajiit sind ebenfalls nicht schlecht, haben höhere Offensivwerte, ihr müsst aber bedenken, dass ihr den schwächeren Sustain eventuell wieder ausgleichen müsst und damit Teile dieser Werte wieder verliert und dann auch schlechtere Defensivwerte habt. Als Mundusstein verwende ich Diebin, da Crit-Chance bei den Werten dieses Bilds ganz einfach die höchste Schadenssteigerung ergibt. Nicht ganz so einfach ist es mit dem Buff Food. Hier habt ihr zwei Möglichkeiten. Den höchsten Schaden erreicht ihr mit Micah und Leben. Das Ressourcenmanagement wird dabei aber teilweise schon wirklich schwierig, weshalb ich diese Wahl eher nur mit wirklich starken Gruppen empfehlen würde. Die Alternative ist Micah, Micah-Regeneration und Leben. Dies ist für den Nekromanten tatsächlich besonders interessant, da sie durch das höhere Leben der Klasse sogar sehr gut ohne weiteres Leben in Attributspunkten oder Glyphen spielbar ist. Als Tränke verwendet ihr im Idealfall Magiekraft. Für einfache Aktivitäten reichen aber auch Micah-Drop-Pots. Diese würde ich aber immer spielen, da sie so gut wie nichts kosten und den Sustain doch sehr viel angenehmer gestalten. Gerade da der Nekromant eine sehr hohe Grundregeneration mitbringt und prozentuale Regeneration mit Markarth gebufft wurde und damit deutlich wichtiger wurde. Weiter geht's zu den Sets. Ich trage Magiekraft Heilung und Elementarer Katalysator. Um Magiekraft Heilung kommt man im Moment einfach nicht herum. 430 Magiekraft für nichts ist einfach dämlich stark. Elementarer Katalysator ist ebenfalls eines der absolut mächtigsten Support-Sets im Moment und besonders auf dem Nekro interessant, da man eine effektive Quelle für jedes der drei Elemente braucht und der Nekro eben genau das mitbringt. Aber mehr dazu später bei den Skills. Ergänzt werden diese Sets dann mit zwei Arena-Waffen, da wir ja beide Sets auf beiden Leisten aktiv haben wollen und die beiden Waffen zusammen einfach stärker sind als ein einzelnes Monster-Set. Auf der Frontbar spiele ich dann einen Mahlstrom-Blitzstab und auf der Backbar gibt's zwei gute Optionen. Der Wattischrand-Heilstab bringt aktuell extrem guten Ressourcen-Support mit, ist aber sehr stark vom Positioning abhängig. Daher kann der Mahlstrom-Heilstab für mehr eigenen Sustain dann doch oft die bessere Wahl sein. Abgesehen von den Waffen würde ich nicht empfehlen, Sets auszutauschen, da Magiekraft Heilung und Katalysator einfach alternativlos stark sind. Ihr könnt allerdings andere Support-Sets natürlich als Einstieg nutzen, bis ihr die besseren Sets dann habt. Support-Sets sind dabei Dinge wie Meister-Retag, Hohlzahl oder Gespinst, die entweder Schaden, Ressourcen oder Defensive verbessern. Und nicht Dinge wie Heatis, Heiligtum oder Lichtsprecher. Wenn ihr nichts Sinnvolles zur Verfügung habt, könnt ihr auch einfach ein Kauf- oder herstellbares Maika-DD-Set wie Muttertränen oder Julianos verwenden, damit ihr zumindest schon mal ein funktionierendes Bild habt und damit die besseren Sets farmen könnt. Dabei würde ich euch dann raten, zuerst Magiekraft Heilung anzugehen, da es nicht nur eines der stärksten, sondern auch eines der zugänglichsten Support-Sets ist. Solltet ihr nicht in der Lage sein, die perfekten Arena-Waffen zu bekommen, könnt ihr auch einfach die normalen verwenden, da der Unterschied relativ gering ist. Noch einfacher könnt ihr anfangs auch Willenskraft-Waffen oder ein Monster-Set tragen. Wenn möglich, wollt ihr außerdem 5 leicht, einmal mittel, einmal schwer tragen, was beispielsweise mit herstellbaren Sets möglich wird. Für die Traits und Verzauberung verwende ich auf der Rüstung göttlich mit Maika. Ein paar Mal Leben ist aber auch möglich, falls ihr eben mehr Leben braucht. Auf dem Schmuck habe ich dann Erfüllt oder Arcan mit Magiekraft. Arcan oder Erfüllt macht dabei tatsächlich keinen relevanten Unterschied. Als Waffen spiele ich einen perfekten Blitzstab mit Feuerglyphe für die perfekte Kombination aus Schaden und Katalysator-Uptime. Und auf meinem Heilstab spiele ich dann Erfüllt mit Berserker. Schauen wir uns als nächstes die Champion-Punkte an. Für die roten CP verwende ich ein ausgeglichenes Setup, da ich einfach nicht der Meinung bin, dass es sich lohnt, die CP für spezifische Dungeons anzupassen. Allgemein ist der Schaden im PvE sehr magielastig. Ich habe in dem Setup, das ich euch zeige, aber trotzdem einiges in physischer Resistenz, was ganz einfach daran liegt, dass ich Bretone bin und der Bretone bereits sehr viel Magieresistenz mitbringt. Wenn ihr also kein Bretone seid, solltet ihr so in etwa 10 bis 20 Punkte von Fokus auf leichte Rüstung und Abgehärtet stattdessen in Magieschild und Elementarverteidiger stecken. Ich verwende also 72 Unangreifbar, 48 Magieschild, 15 Fokus auf leichte Rüstung, 37 Abgehärtet, 61 Dickhäutig und 37 Elementarverteidiger. Für die blauen CP verwende ich 16 Magierosionen, 56 Elementarexperte, 72 Elfenblut, 56 Waffenmeister, 19 Stabexperte und 51 Taumaturk. Wie viel Durchdringung man wirklich benötigt, hängt natürlich immer von der Gruppe ab. 16 Punkte hat sich für mich nach den Veränderungen mit Markarth auf dem Nekromanten als guter Wert herausgestellt. Wenn ihr längere Zeit mit derselben Gruppe spielt, solltet ihr die Durchdringung aber auf jeden Fall überprüfen und an diese Gruppe anpassen. Die grünen CP sind wohl vor allem vom individuellen Spielstil abhängig. Ich fand ich grundsätzlich eher aus, statt zu blocken und komme ganz gut damit zurecht, etwas weniger Sustain zu haben, um die Magiker dann während Schadensstops und ähnlichem mit schweren Angriffen wieder etwas aufzufüllen. Meine grünen CP sind deshalb 40 Kriegsherr, 19 Fokus zerschlagen, 64 Tenazität, 76 Arcanist, 48 Gelenkigkeit und 23 Schattenhafter Schutz. Weiter geht's mit den Skills und Passiven. Auf der Frontbar angefangen habe ich Sprengknochen, da der Nekromant ohne einfach nicht richtig spielbar ist. Als normales Spammable habe ich dann Querschläger-Schädel. Grundsätzlich sehr starker Skill, funktioniert auch im AOE und gibt den Feuereffekt für Katalysator. Für Frost und Schock habe ich dann meine beiden Frontbar-Dots, instabile Elementare Wand und aufreibender Friedhof. Aufreibender ist hier ganz klar die bessere Wahl, da Bruch im AOE doch ganz interessant wird und die Synergie so oder so eher die anderen Spieler nehmen sollten. Als letzten Frontbar-Skill habe ich dann den Skelett-Arcanisten, welcher zwar Schockschaden macht, dieser zählt aber nicht für Katalysator. Auf der Backbar habe ich meinen dritten normalen Dot in Form der mystischen Kugel. Vor allem wichtig für die Synergie, weshalb man hier auch den anderen Morph spielen könnte, wenn man mit der Heilung sonst nicht so gut klarkommt, aber der Schaden wird dadurch schon deutlich schwächer. Des Weiteren habe ich meine zwei Heilungsquellen, zum einen strahlende Regeneration als Horde und zum anderen Kampfgebete für die Burst-Heilung und den Schadens-Buff, auch wenn dieser jetzt nur noch 5% beträgt. Für den natürlich auch essentiellen Maika-Raub verwende ich Geistabsaugung, da der kleinere Lebensraub davon nochmal ein wenig zusätzliche Heilung gibt. Diese Heilung löst allerdings seit Markath keine Magiekraft-Heilung mehr aus. Und als letzten Skill habe ich nekrotische Potenz, um sämtliche Leichen in Ultimate zu verwandeln und damit den Koloss deutlich häufiger nutzen zu können. Und damit sollte auch klar sein, dass ich als Ultimate natürlich Gletscher-Koloss spiele. Diesen habe ich auch meistens auf beiden Leisten für die Passive, ansonsten kann man aber auch zum Beispiel Barriere auf die Backbar packen. Und die Passive, von der ich hier rede, ist Todesglocke, welche für jede ausgerüstete Grabesfürstfähigkeit 10% Crit-Chance gegen Ziele unter 25% Leben gibt. Deshalb sind die ganzen Skills dieses Baums auch auf der Frontbar, um damit dann eben in Execuced-Phasen auf fast 100% Crit zu kommen. Das Skill-Layout auf dem Necro ist damit eigentlich relativ klar festgesetzt, es gibt aber ein paar Anpassungen, die man gegebenenfalls vornehmen kann. Anstatt strahlender Regeneration könnt ihr auch erhabene Heilung spielen, sofern ihr keinen Mahlstrom-Heilstab verwendet. Statt dem Querschläger-Schädel geht auch Kraftimpuls. Habe ich selbst auch einige Zeit so gespielt, der Schädel ist dann aber meistens doch deutlich sinnvoller. Und als letztes könnt ihr nekrotische Potenz durch was auch immer ihr gerade wollt ersetzen, wenn es gerade so oder so nicht viele Leichen gibt. Dabei wäre vor allem mystische Siphon eine interessante Wahl. Eigentlich ein sehr starker Dot, der aber sonst einfach nicht in den Bild gepasst hätte und außerdem dann die übrigen Leichen verwerten kann. Als Passive wollt ihr dann alle drei Klassenbäume, alles aus leichter Rüstung, Zerstörungsstab und Heilstab, Verbannung der Sündhaften aus der Kriegergilde, Magikerhilfe aus dem Allianzkrieg, falls ihr mit Barriere spielt, beide Passiven der Unerschrocknen, alle Rassenpassiven und von Alchemie Heilerkenntnis sowie von Versorgung, Gourmet und Connoisseur. Bevor wir uns als nächstes der Rotation widmen, noch kurz was zum Schadenspotenzial. Für meine Offhealer-Bilds mache ich immer zwei verschiedene Tests, und zwar einen mit dem reinen persönlichen DPS und einen mit voller Heilung und Support. Dummykämpfe sind für diese Art Bild sehr unrepräsentativ, da ein statischer 6-Minuten-Kampf einfach so in Dungeons und Arren nicht vorkommt. Und die Realität liegt dann eher irgendwo zwischen den beiden Tests, da eine reine DPS-Rota in Burstphasen durch Pre-Buffen tatsächlich möglich wird und Heilung in echten Kämpfen viel mehr reaktiv ist als Teil einer statischen Rota. Wie dem auch sei, der reine Damage Pass liegt bei 57k und der mit Heilung und Support bei 50k. Beide Passes am Raid-Dummy mit entsetzlicher Augenschüssel als Buffhut. Ich bin mit den Ergebnissen wirklich sehr zufrieden und finde auch, dass diese gut zeigen, wie hoch das Schadenspotenzial auf dem Necro ist, aber auch wie schnell der Schaden in weniger idealen Situationen abnimmt. In der idealen Necromanten-Rota ist jeder dritte Cast-Sprengknochen. Diesen Rhythmus möglichst perfekt einzuhalten und dabei auch die anderen Uptimes natürlich möglichst hoch zu halten, ist der Schlüssel dazu, auf dem Necro wirklich hohe DPS-Werte zu erreichen. In einer vollkommen statischen Situation ist das ziemlich einfach. Deutlich schwieriger wird es dann allerdings in dynamischen Kämpfen, wenn gleichzeitig die Gruppe am Leben gehalten werden muss. Dementsprechend ist es meines Erachtens sehr wichtig zu lernen, wie man eine Sprengknochen-Rotation dynamisch spielt. Viel davon kommt einfach durch Übungen, aber ich habe trotzdem ein paar Tipps für euch. Wenn mehrere Skills gleichzeitig auslaufen, führt das logischerweise beim Nachkasten zu einem Konflikt und man verliert Uptimes und damit auch Schaden. Beim Necro ist dieses Problem besonders spürbar, da Sprengknochen sehr oft nachgecastet werden und damit dementsprechend viele Überschneidungsmöglichkeiten haben. Um dieses Problem fast gänzlich zu umgehen, unterteile ich meine Rotation in 3-Sekunden-Segmente, also die Dauer von Sprengknochen. Anstatt im Kampf dann einfach nachzucasten, was gerade ausläuft, plane ich meine Rota in diesen 3-Sekunden-Segmenten und während ich ein Segment ausführe, plane ich halt das nächste. Wobei jedes Segment aus Sprengknochen gefolgt von zwei weiteren Skills besteht. Die Auswahl dieser Skills treffe ich, indem ich von der verbleibenden Dauer immer eine Sekunde abziehe, um mit einzuberechnen, dass ich ja vorher noch einmal Sprengknochen casten muss. Wenn ich also zum Beispiel sehe, dass die Blockade bei 3 Sekunden ist und der Friedhof bei 4 Sekunden, weiß ich, dass mein nächster Skill Sprengknochen sein wird, gefolgt von Blockade und Friedhof. Das so für jeden Skill durchzuexerzieren ist allerdings absolut unnötiger Aufwand, weshalb ich Skills mit gleicher oder zumindest ähnlicher Dauer zusammenfasse und nur auf die Dauer des ersten davon achte. So achte ich nur auf die Dauer von Blockade, weil ich weiß, dass meine anderen beiden Dots dieselbe Dauer haben. Ich caste also basierend auf der verbleibenden Dauer von Blockade zuerst Sprengknochen, gefolgt von Blockade, Friedhof, einem weiteren Sprengknochen und der Kugel in einer festen Teilrotation und mache es mir somit bedeutend einfacher. Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Skills zu tracken, könnt ihr auch in Sprengknochen-Casts zählen. In der Regel folgen auf jeden dritten Sprengknochen die 10 Sekunden Dots, da drei Sprengknochen logischerweise etwas mehr als 9 Sekunden entsprechen sollten. Ich sag bewusst in der Regel, weil die Dauer von Sprengknochen sich verlängern kann, was die gesamte Rotation verzögert und damit zu weniger DPS führt. Um das zu verhindern, ist es wichtig, dass ihr möglichst immer nah am Ziel bleibt und nicht auf Ziele castet, die eventuell gleich sterben, sich teleportieren oder ähnliches. Okay, weiter zu den verbleibenden Skills. Kampfgebiet ist mit nur 8 Sekunden etwas problematisch. Leicht schlechtere Uptimes sind da fast nicht zu vermeiden, sind aber auch gar nicht so tragisch. In einer statischen Rotation würde ich theoretisch Kampfgebiet zusammen mit meinen 10 Sekunden Dots nachcasten. In der Praxis verwende ich es vielmehr reaktiv gegen größere Mengen von eintreffendem Schaden. Da massives Overcasten sich aber dann nicht lohnt, lasse ich danach meistens den nächsten geplanten Recast einfach aus. Relativ ähnlich verhält es sich mit Schrein der Regeneration, welche ich vor allem aufrechterhalte, um kontinuierlich Magiekräftteilung zu erneuern. Hierbei müsst ihr beachten, dass Regeneration nur 3 Ziele trifft, weshalb es sich sehr lohnt, genau darauf zu achten, welche 3 Gruppenmitglieder getroffen wurden, da ihr euch so sehr oft einen zweiten Recast sparen könnt. Bleiben also noch Geisterbsaugung und Skelettakernist, welche ihr beide ganz einfach erneuert, wenn sie auslaufen. Außer der verbleibende Kampf ist so kurz, dass es sich sowieso nicht lohnt. Ihr solltet dabei aber beide Skills nicht über Sprengknochen oder eure Dots priorisieren. Gut, ich hoffe, diese Erklärungen waren halbwegs verständlich. Ich denke selbst meistens gar nicht so genau darüber nach, was ich mache, da es mit genügend Erfahrung irgendwann einfach automatisch funktioniert, was es aber auch schwer macht, nachvollziehbare Erklärungen zu finden. Ich muss aber auch sagen, dass meinen eigenen Spielstil mal so genau zu analysieren mir tatsächlich auch einige Fehler aufgezeigt hat. Als letzten Teil dieses Videos habe ich nur noch zwei weitere Punkte, die ihr in Dungeons und Eränen mit diesem Bild beachten solltet. Zum einen wäre das Positioning und Movement. Ich glaube, vielen Spielern ist überhaupt nicht bewusst, dass Nekromant effektiv eine Mediklasse ist. Ganz einfach, weil Sprengknochen ab einer gewissen Distanz erst zum Ziel laufen müssen, bevor sie explodieren und sich damit verzögern. Das bedeutet also auch für diesen Bild, dass ihr euch so viel wie möglich in einer etwas erweiterten Melee-Range aufhalten wollt. Theoretisch wäre das kein Problem, da alle DDs sowieso immer Melee stehen sollten, mit sehr wenigen Ausnahmen, wenn Mechaniken es verhindern. In der Praxis haben aber leider sehr viele DDs die unangenehme Angewohnheit, sonst wo zu stehen oder vielmehr im Kreis zu hüpfen. Ihr könnt es ja natürlich mit Konversation versuchen. Deutlich einfacher ist es aber meistens, sich auf die gegenüberliegende Seite des Ziels zu stellen, wodurch ihr selbst Melee stehen könnt, die beiden DDs aber trotzdem mehr oder weniger vor euch habt. Wenn auch das nicht funktioniert, solltet ihr in Betracht ziehen, die entsprechenden DDs ganz einfach zu ignorieren und euch auf euren eigenen Schaden zu konzentrieren. Immerhin ist es nicht euer Problem, wenn DDs Selbstmord-Tendenzen zeigen. Und der zweite und letzte Punkt wäre Situationsbewusstsein. Ihr habt mit diesem Bild alles, was es braucht, um selbst die schwersten Aktivitäten heilen zu können, allerdings nicht mehr, kein Panic-Button oder ähnliches. Deshalb ist es natürlich deutlich wichtiger, sich bewusst zu sein, was um einen herum passiert, jederzeit zu wissen, was passieren könnte und wo die Gruppe gerade steht, um schnell und präzise reagieren zu können. Wenn ich mit Kampfgebet einen sterbenden DD erst suchen muss, ist es meistens eh schon zu spät. Spielerfahrung ist dabei natürlich sehr wichtig, nicht nur um die Kämpfe zu kennen und abschätzen zu können, sondern auch um einschätzen zu können, wie sich die anderen Spieler verhalten. Situationsbewusstsein bedeutet aber auch, die eigene Position, Ressourcen und Uptimes im Auge zu behalten, damit ihr, wenn etwas passiert, vorbereitet seid und nicht dann erst feststellt, dass ihr keine Ressourcen mehr habt, um zum Beispiel gegenzuhallen oder freizubrechen. Und damit war es das auch für dieses Video. Wie immer könnt ihr mir gerne weitere Fragen in den Kommentaren stellen. Ich versuche diese immer so gut wie möglich zu beantworten. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Erfolg mit meinem Bild und danke fürs Zusehen.